Fälle außerhalb Afrikas. Mempox breitet sich aus China verschärft. Mempox Ausbreitung außerhalb Afrikas und Maßnahmen in China. Mempox Ausbreitung außerhalb Afrikas und Maßnahmen in China. In den letzten Monaten hat das Mempox-Virus, das ursprünglich vor allem in Teilen Afrikas verbreitet war, zunehmend internationale Aufmerksamkeit erregt. Berichten zufolge gab es in verschiedenen Ländern außerhalb Afrikas zahlreiche Fälle, was die Weltgesundheitsorganisation WHO dazu veranlasste, die Situation genau zu beobachten und Empfehlungen auszusprechen. Experten warnen, dass die Ausbreitung des Virus ernst genommen werden muss, insbesondere angesichts der steigenden Fallzahlen in Ländern wie China. Mempox, manchmal auch als Affenpocken bekannt, ist eine viral übertragbare Erkrankung, die durch das Mempox-Virus verursacht wird. Die Symptome ähneln oft denen der menschlichen Pocken, umfassen jedoch typischerweise Fieber, Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten und einen charakteristischen Ausschlag. In den letzten Jahren wurden vermehrt Fälle außerhalb Afrikas dokumentiert, was auf eine Veränderung in der Verbreitungsdynamik des Virus hinweist. In China wurden die ersten Fälle von MPOX in städtischen Zentren festgestellt, die für ihre hohe Bevölkerungsdichte und den internationalen Reiseverkehr bekannt sind. Die Behörden haben sofortige Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern. So berichtet eine lokale Nachrichtenagentur, dass die Regierung die Gesundheitsprotokolle verschärft und Quarantänemaßnahmen für Verdachtsfälle eingeführt hat. Experten betonen die Bedeutung von Impfkampagnen und Informationsinitiativen, um die Bevölkerung über MPOX aufzuklären. Eine Fachkraft im Gesundheitswesen erklärte, dass es wichtig sei, das Bewusstsein für Übertragungswege zu schärfen und präventive Maßnahmen zu fördern. Sie merkte an, dass die Verhütung von breit angelegten Ausbrüchen eine gemeinsame Verantwortung sei, die nicht nur die Regierungen, sondern auch die Gemeinschaften einbeziehe. Im Zuge der weltweiten Reaktion auf die MPOX-Fälle haben viele Länder begonnen, ihre Gesundheitsüberwachungssysteme zu überprüfen. Einige Nationen haben einen speziellen Fokus auf Reisende aus betroffenen Gebieten gelegt, um festzustellen, ob sie möglicherweise infiziert sind. Dies sei eine strategische Maßnahme zur frühzeitigen Erkennung und Eindämmung des Virus. Gesundheitsbehörden ermutigen die Bevölkerung dazu, Symptome zu beobachten und sich umgehend in ärztliche Behandlung zu begeben, falls Verdachtsmomente auftreten. Ein weiterer Aspekt, der von Fachleuten hervorgehoben wird, ist die Notwendigkeit, die Forschung rund um MPOX zu intensivieren. Die WHO hat in jüngster Zeit erklärt, dass mehr Ressourcen benötigt werden, um möglicherweise wirksame Impfstoffe und Behandlungsmethoden zu entwickeln. Diese Bemühungen sind von entscheidender Bedeutung, um die Ausbreitung des Virus nicht nur in China, sondern weltweit zu kontrollieren und zu minimieren. Angesichts dieser Entwicklungen bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Die internationalen Gesundheitsbehörden stehen vor der Herausforderung, schnell auf die sich ändernden Bedingungen zu reagieren und präventive Maßnahmen zu fördern. Das Bewusstsein der Öffentlichkeit für MPOX und seine Symptome spielt eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung dieser Krankheit. Abschließend ist festzustellen, dass die zunehmende Verbreitung von MPOX insbesondere in Ländern außerhalb Afrikas eine ernsthafte Herausforderung für die öffentliche Gesundheit darstellt. Die koordinierte Reaktion von globalen Gesundheitsorganisationen, nationalen Behörden und der Bevölkerung könnte jedoch entscheidend sein, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Gesundheit vieler Menschen zu schützen. Autor Anita Farke, Freitag 16. August 2024.